Autodesk hat jetzt bei der Version Autocad 2014 auch eine Sicherheitsschranke eingebaut, wenn es darum geht, zusätzliche Applikationen zu laden. Offensichtlich ist dies notwendig geworden, nachdem doch einige Mail-Software, also schadhafte Software, aufgetaucht ist, die sich zu einer DWG dazu geladen hat. Jetzt hat Autodesk dazu reagiert und in den Autocad-Optionen, diese kann ich hier unter dem roten A öffnen. In der Registerkarte System finde ich diese Sicherheitseinstellungen für ausführbare Dateien. Wenn ich hier draufklicke, dann sehe ich, dass zunächst einmal hier eingetragen ist, dass nur aus vertrauenswürdigen Speicherorten geladen werden soll, bei anderen Speicherorten soll eine Warnung angezeigt werden. Diese vertrauenswürdigen Speicherorte, die kann ich wiederum in der Registerkarte Dateien wählen und zwar hier an dritter Stelle. Hier mache ich das Plus auf und kann damit Pfade hinzufügen, in denen vertrauenswürdige Zusatzprogramme bei mir auf der Maschine abgespeichert sind. Wenn ich dies alles nicht so einstellen möchte, so kann ich auch hier unter den Sicherheitseinstellungen die Einstellung erwirken, die bislang in den Autocad-Versionen vorhanden war, nämlich, dass aus allen Speicherorten geladen werden soll, ohne dass eine Warnung angezeigt wird. Vielleicht ist das nicht die optimale Lösung, wenn Sie auf Sicherheit bedacht sind. Vielleicht ist es dann auch besser, diese mittlere Version zu nehmen. Das heißt, dass nur aus vertrauenswürdigen Speicherorten geladen werden soll oder diese hier weiter unten, dass aus vertrauenswürdigen Speicherorten geladen wird, aber bei anderen Speicherorten eine Warnung angezeigt wird. Ich lasse jetzt diese Einstellungen so, wie sie war und sage OK und auch hier wieder mit OK bestätigen. Sollte ich aber Probleme bekommen, wenn ich Zusatzprogramme zum Autocad verwende, dann weiß ich, wo ich diese Sicherheitseinstellungen öffnen muss bzw. Dateipfade hinzufügen muss, damit meine Autocad-Applikation wieder funktioniert.